Also allgemein fand er das ganze Töten eher so, lala, er fand es ein bisschen eklig. Er ist überall Blut rausgeblubbert, aber tot ist die nicht gewesen. Hat komische Laute gemacht, so geröchelt hat die. Hat mich ein bisschen gestört, wie ich dran gegangen bin, mir mein Recht zu verschaffen. Hat mich ein bisschen gestört. Tod war die nicht. So total lapidar und so. Und also nochmal kurz zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass das Morden für manche Menschen schon als sexueller Akt gesehen werden kann. Es gibt aber auch solche wie Plyle, bei denen das Töten nur Mittel zum Zweck ist, beziehungsweise das Ausknocken, was er eigentlich machen wollte. Aber bei ihm ist offensichtlich der Fokus auf der Vergewaltigung. What the f-